Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video, heute bewerben wir ein paar Lifehacks für euch. Dafür, wir sind rausgegangen in unseren Garten. Stellt euch vor, ihr wollt vergrößern eure Terrasse, damit Cookie mehr hat Platz bei euch. Dafür, ihr müsstet buddeln überall die ganze Erde weg von Hand, was ist sehr dreckig und dauert viel zu lange. Dafür, wir können gucken, ob wir finden in unserem Garten einen grünen Freund. Da ist grüner Freund. Grüner Freund, kommst du mit uns? Oh, grüner Freund kommt schnell, wir sollten laufen schneller weg. Denn grüner Freund ist sehr, sehr arbeitswillig. Er möchte uns bestimmt sehr gerne helfen. Dafür, wir müssen unseren grünen Freund nur locken an die richtige Stelle und bereithalten, ein Feuerzeug. Wenn grüner Freund da ist, wir müssen ihm hauen, Feuerzeug an den Kopf und laufen weg. Dann, er macht uns großes Loch in den Garten. Das macht die Arbeit viel, viel leichter. Wir müssen nur aufpassen, er darf nicht zu viele grüne Freunde mitbringen. Sonst, alles wird etwas kaputt. Wem das ist zu gefährlich? Der kann auch unter der Aufsicht von Cookie in den Garten gehen, eine Kiste finden und sich dieses mystische rote Pulver und diesen lustigen Block besorgen. Wir wissen nicht, was er macht. Wir haben ihn dann genommen und ihn in den Garten gestellt. Müsst ihr aufpassen. Cookie hat euch die ganze Zeit den Blick, dass ihr auch gar nichts macht falsch. Haben diese lustige Pulver dran gemacht, den Schalter gesetzt und angezündet. Es begann zu zischen. Wir haben uns versteckt hinter dem Baum, um zu gucken, was passiert. Der komische Block hat gemacht ein größeres Loch in den Garten. Aufpassen müsst ihr Leute, das ist gefährlich. Aber wir sind Experten, wir wissen, was das macht. Aber trotzdem, nicht nachmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.